und richter meinen ganzen staff oder bilder nach derzeit siehst du mich ich bin wieder unten ist auch noch ein zombie nicht sehr vieles darf der ist der nächste zombie dass er nicht so wie oben der kommt runter ich hab mal hier mehrere betten da können wir auch mal an alex einladen zum schlafen komm schlaf mal mit dann wird's doch der ich verletzte gedanke gewesen du kannst nicht schlafen monster in der nähe zunächst ich frage alle da jetzt wird sowieso schon trock so ich würde sagen da wird fast perfekt ausgerüstet sind spät noch bisschen fleisch ja okay das war so zu gucken was im max ich brauche noch einiges du hast noch einiges von mir aufgenommen was hast du noch gehabt das weiß ich auch gerne ich glaube ich hätte kohle noch ne da habe ich nur meine eigene okay dann passt das jetzt glaube ich so ich habe noch eine weiße wolle ne die kannst du behalten was auf der tag jetzt gerade aufgeht würde ich sagen go go ja nicht es ist bloß noch nicht alles fertig an essen ja gut dann war ich schon mal unten in der base ich war noch ein bisschen mit den truhen okay bauen wir in einer der nächsten sessions dann auch mal eine minecart dings runter ja ja auf jeden sie müssen dann eh in dieser welt machen hier bei diesen vielen schönen bergen müssen dann wirklich bisschen minecart mäßig was machen auf jeden also wie in meinem anderen let's play mit dem alex ist halt u-bahnschacht und sowas oder lieber überordlich ne so ein u-bahnschacht wäre bestimmt was feines oder man macht es halt so mit solchen glasbrücken sieht bestimmt dann auch toll aus wenn du das dann nur über diese brücke dort durch die gegend fährst ich habe mal kurz was zugemacht weil da eh nur eine sackgasse ist nein 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 max bitte bitte hilf mir hilf mir mama nein nein bitte mir ist ein creeper her der creeper der creeper das war meine antwort ja so das ja ich finde ich habe kein schwert warum nicht weil ich kein schwert habe weil ich doch die rohstoff fuhre bin ha ich habe ihn erlegt nice so dann hier hinten wir haben 32 weitere eisen die ich jetzt auch mal geschickt zu einer rüstung verarbeiten werde ich mache mir noch zwei schwärter mehr äh ich habe vier schwärter jetzt ich nehme den schnellen weg nach unten vorausgesetzt ich bin nicht ganz so nubig und äh sterb dabei oh ganz knapp fast hätte ich gestirbt nein verdammt es reicht also max sagen wir so es hat nicht ganz gereicht was äh moment okay ich habe ich bring dir essen mit ne ja pass auf also wir haben jetzt zweimal ein brustpanzer und zwei äh stiefel ja hier sind deine übrigens und weil ich so nett war und ich denke mal dass du das eher brauchst als ich gebe ich auch noch den beiden schutz weil wir davon haben wir nur einen wobei wir haben noch vier eisenbarren das heißt ich könnte zumindest hier noch eine gesamte ausrüstung craften ich habe noch elf eisenbarren gut pass auf seine ziel helden hier du magst frei wohl schicken die musste man noch wollten ja ist jetzt ein helm mensch verdammt dass ich echt bin ja auch etwas anders gewohnt hier dein helm und elf eisen haben wir noch saß denn ja du musst nicht schicken ach ich kurz ich gehe ich ich teile mal alles auf was ich so hab das kriegst du die hälfte ganz kurz moment da muss ich mir jetzt als allererstes das ne hose okay und das alter ist das viel sollte erstmal reichen ja boah alter max wenn du ein eisen findest ja sofort zurück dann kann ich mir nämlich auch noch meine rüstung komplett machen eins einzeln hab ich nicht mehr mir fehlt nämlich noch genau ein einziges eisen dann habe ich genug für den helm na gut wir wissen ja wo es lang geht moment moment max moment kurz noch ich muss noch ganz kurz eine eisenspitzhacke machen als du weißt wo es lang geht ja ja ich weiß wo es lang geht willst du noch ein schwartz haben äh ja kann man machen ich muss ganz kurz noch eine eisenspitzhacke craften kriegst du eins mal noch 10.000 nice so dann habe ich jetzt erstmal hiervon genügend komm ja okay passt dann können wir jetzt los perfekt ausgestattet wie wir sind geht's auch gleich hier weiter äh alter erst mal ins Skelett reingerannt ey hab ich mich gerade erschrocken ja und bin auch gekonnt noch tiefer gefallen erst mal ein bisschen was vom Schwein essen das Schwein ist Schwein ist nämlich gesund und macht ein bisschen rund aber pscht ist geheimnis ich dachte du bist veganer wenn ich bin ach als ob ich veganer bin das ist ne das ist bisschen zu früh raus wo waren wir im Moment ne quatsch das ist richtig max das ist richtig das ist richtig immer läufst du falsch alter das geht doch so nicht das wir ja ich weiß 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 ganz entspannt oder hier runter ja und dann hier lang genau ich bin erst da ach als ob es hier im Wettstreit geht es geht nur darum die Diamanten zu finden aber wir teilen uns die dann ne ja natürlich was wir auf jeden Fall brauchen ist halt die Diamanten Spitzhacke und ein Diamant Schwert dann müssen wir halt machen wer ist halt der Bauarbeiter und wer ist halt die beziehungsweise die Rohstoff Hure und wer ist halt der Fighter der einen die ganze Zeit beschützt und alles wie wollen wir es machen der Server Admin wenn wir bloß einen Diamant kriegen kriegt der Server Admin den so hier haben wir ja beim letzten Mal und ich gehe da rüber warte kurz warte ich würde sagen ich gehe erstmal rüber wir müssen aber ganz kurz noch ein bisschen was abbauen ich mache inzwischen schon mal damit wir es mal genügend haben für eine Brücke und alles hier drüben ist nichts los außer Kohle dann holen wir uns die Kohle komm Max, go, go du kannst ja den Rest der Kohle da drüben ist noch Kohle ich nehme das ja komm, komm, hier okay, nee, du das gut, dann ja, mach du das da drüben ist eigentlich nicht mehr viel bei mir hier geht's weiter in die Höhle zeig mal ach nee, ist auch geschluckt noch ne das ist dieselbe da hinten ist ein Creeper der ist runtergefallen ist auch besser so für ihn unter uns ist ein Creeper auf welcher Höhe sind wir gerade? warte mal auf 27 ja, 27 so, unter uns ist Mr. Creeper was machen wir? was auf, Max? wir machen erstmal folgendes genau wir bauen uns da runter ich bin nicht so oft runter ja weil runterspringen ist tödlich nicht ganz so gut und von hinten kommt auch noch Mr. Creeper der hat sich ja auch gechillt in die Luft gesprengt bist du unten? ah, du bist unten ja ich hab mir noch den Gnadenstoß verpasst äh, du hast ihm den Gnadenstoß, er verpasst so, ganz hier kurz noch bis die Kohle abbauen dann würde ich mal sagen, geht's sofort weiter ich bin nur gefallen, ich bin in Wasserloch gefallen komm mal schnell her, ich bin scheiß gefunden ich bin in Wasserloch gefallen hier, ich seh's, ich seh's da ist Eisen, da ist Eisen komm lass dir erst, lass erstmal hier hochbauen dann lass dir mal weiter ich baue erstmal hier das Eisen ab ja, hier ich hab's gelettt weil hier ist nämlich viel Eisen ja, hier ist nicht ganz so viel boah, dafür ist hier relativ viel Dunkles boah, alter, wie gigantisch das ist, dieser Schlitz, ey der ist fast so gigantisch wie die Vagina von deiner Mutter weiter ok, Spaß beiseite äh ich hab solche Dinger immer raus, ok das hab ich noch nicht überprüft so hier ist nochmal Eisen wenn die das mithören da krieg ich ne Erziehungsschäle und ne Woche PC-Verbot noch sonst noch Fragen? ihr sollt mal wieder ein Thema anschneiden um die totale Langweiligkeit das Abschalten der Zuschauer zu verhindern da Alex also, hier steht da Alex soll dem Thema vorschlagen da ist ja jetzt nicht mehr mit mir und Alex ist musst du's tun ja, ok, äh ich sag dafür, dass der Max das macht also ich bin dafür, dass der Max das Thema vorschlägt weil mein, mein Hirn ist gerade so eine GD-Lehrer wie man mag ich würde gern mal PC-Spieler ansprechen ja, ok, dann Eltern und sowas, alles was damit zu tun hat wie stehen eure, ja genau wie stehen eure Eltern zu PC-Spielen? Achtung, hinter dir ist ein Skelett das hol ich kurz weg ein Sneaper ist das alter, ich komm an das scheiß Skelett nicht ran, hilf mir also wie stehen... hilf mir Max Max, ich komm an das blöde Skelett nicht ran ich auch nicht hier ist ein Wasserfluss tot nice ich kann den scheiß Fluss nicht holen das Skelett nämlich unter Beschuss, ey da liegt ein Bogen nice haben wir Bogen, aber Pfeile haben wir nicht, schade oh, hier unten ist wieder ein riesiges der Bogen ist fast komplett kaputt alter hier unten ist schon wieder so ein riesiges Kohlevorkommen komm erst mal hoch zu mir ja, muss erst mal hinkriegen komm komm ein Creeper auch, ne, der fließt da hin boom ja, also wie stehen deine Eltern zu PC-Spielen? meine... richtig schlimm ist das egal ich darf pro Tag eine dreiviertel Stunde spielen und wenn ich die gespielt habe, ist Sense Notfalls wurde dann sogar der Strom gekappt und warum kannst du heute mehr spielen? weil ich heimlich spiele was ich übrigens immer mache so, hier geht's nicht weiter, ne? doch, da geht's weiter, aber das interessiert uns nicht weil wir sind gerade auf einer richtig geilen Höhle irgendwie müssen wir an die scheiß Diamanten kommen koste es was es wolle warum darfst du nur dreiviertel Stunde am Tag spielen? äh, weil meine Eltern der Ansicht sind dass alles andere zu viel ist achso also wir haben jetzt mehrere äh, Kliffe wo wir weiter hoch könnten aber ich bin dafür dass wir erstmal generell hier weitermachen ich hab erstmal ein bisschen Eisen mitgenommen haben wir schon unten das Wasserloch erkundet? ja, da war ich doch da geht's nicht weiter, oder? ne es ist schlecht weil ich glaube es geht bei beiden Seiten nicht so richtig weiter ich glaub wir haben bei dieser Schlucht noch ein bisschen zu tun ja, können wir höchstens noch in die Höhe gehen müssen wir wahrscheinlich aber ich glaub mit der Diamanten ist halt nicht so viel ja ich probier mich grad mal hier ein bisschen nach unten zu bauen das ist eine schlechte Idee ja, ich weiß ich bau mich lieber wieder nach oben ne, also hier bringt's nicht so richtig viel ja aber da fahren wir noch einigermaßen anderen Stuff da oben in die Höhle ist als nächstes okay ganz kurz einen Moment ich bau uns hin sieht nicht schlecht aus und das gleiche als erstes wer begrüßt uns da? Mr. Creeper? wusste ich doch aber dank Eisenrüstung sind wir jetzt nicht mehr so oh, das war ne Fledermaus so einfällig für die ok, hier oben in meiner Höhle ist nur so eine Mini-Höhle jetzt nicht so richtig weiter geht's bei dir weiter? ja ich seh's oh, da ist Eisen da ist Eisen da ist Lava mit Redstone da ist richtig Eisen na gut, vier, fünf Stück das war's schade ich hab jetzt wieder so ne übelste Eisenquelle entdeckt aber hier ist Lava und Redstone Lava und Redstone, na super aber wir kommen eh immer tiefer ein, einfach mal guck mal, hier wachsen sogar schon Pilser und mein Innenwinterplatz geht langsam zur Neige lass mal gucken, meiner, meiner, ja, meiner auch kannst du mal was, ich schmeiß mal was in der Höhle da hinten ist Obsidian ich hab einen einzelnen Eisen na, ich hab mir jetzt mehr Eisen ja, im Moment ja, gib mir, ich bin die Rohstoffuhre ich schmeiß mal alles weg, was ich nicht mehr brauche boah, also hier rein, wir müssen hier bisschen sparen mit Inventarplatz ja äh, gib einfach die ganzen wichtigen, äh, die ganzen Rohstoff-Sachen mir ich verwerte schon ich baue uns ganz kurz sicheren Weg über die Lava ja ja das Gretstone für dich hier oben geht's weiter, aber da ist, blockiert uns den Lava-Fluss ein wenig der, dem, da helfe ich dir gleich ich hab, wir müssen dann halt aber bisschen, ähm, ähm, äh, schleiden gegen den Lava-Strom zu schwimmen ist keine gute Idee ist ja das Wichtigste, wir wir müssen halt jetzt, was hab ich denn hier eigentlich noch für scheiße Ah, ah, ein Silberfisch hier kam ein Silberfisch einfach mal her WTF Was wollen die ganzen Silberfische? Alter die kommen aus den Steinen raus das seh ich, oh das hab ich, ein Andesit kann weg Kies kann auch weg Granit kann auch weg ein Pilz kann auch weg lass mal ganz kurz gucken äh, 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 Bruststeine darf gar nicht weg ja, den Rest muss ich behalten aber ich hab dann erstmal ja noch genügend Platz um weiter zu machen Max, hier hinten ist noch ein zweiter Lava-Strom an dem brauch ich dann gleich weiter bin ich fast durch hier oben ging's auch noch zu einer Höhle ja ja, hier geht's auch bei mir weiter bei mir geht's jetzt bloß noch hoch ja, das ist schlecht bei mir geht's aber bei mir geht's halt gerade auch noch nach oben ich glaub, nach oben bauen bringt jetzt nicht so viel ne, vor allem nicht, wenn wir auf der Jagd nach Diamanten sind ich bin dich